Schauen wir uns doch schnell Out-of-Context-Wiki-How-Memes an und lachen ein bisschen und dann... Leute, spielen wir dieses Scheißspiel. Wie man eine Gurke benutzt. Genau, ja. Ja. Wie man eine Kirsche für Prosti... Kirsch... Kirche... Fickt euch. Die How-Bible. Ja, macht Sinn, ist lustig. Okay. Ach, Digga, okay. Wie man seine Haushaltsausgaben verringert. Das Ding ist, viele Kinder können extrem lang die Luft einhalten. Ich hab auch damals, hab mein Vater versucht, mich zu ertränken. Ich bin immer wieder aufgetaucht. Und jetzt bin ich ein Genie. Ah, ne, ich bin geistig behindert. Oder wie man sich selber schnell zum Orgasmus bringt. Oh, Digga. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ne, ah, ah, ah. So aber nicht. Nein, nein, nein. Oh, 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 no. How to get overwhelmed as a woman on Tinder Ich, also How to racially profile your new neighbor Oh, Digga How to work at Peter Oh, Junge Also jetzt so langsam How to raise an Olympic athlete Okay Steroide How to respond when your son does the fortnight dance Ja, ja, ja Ja, weg damit, weg mit dem scheiß Kind, ja How to pitch your startup business idea to investors Human trafficking Einfach, einfach Karl S. Seminar Einfach Karl S. Seminar, Digga Oh, Junge Menschenhandel, äh, Multilevel Marketing How to use enhanced interrogation to find out who tore up the living room What? Oh, Digga, what the fuck What the fuck, der arme Hund Fucking Waterboarding Man, das war der Sohn Der Sohn war das, nicht der Hund How to shame your teenage son about his excessive masturbation Oh, Digga Oh, Junge Oh, Uuuuh, 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 Memo, Uuuuh How to spice up your 10-year-old son's birthday party How to make this year's Halloween more interesting How to replace your makeup with all natural alternatives Oh, Junge How to come up with a rhyme for spaghetti What the fuck, ist einfach Eminem How to make use of your paralyzed son Oh, nein, 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 nein Das ist nicht lustig How to hang out with Bill Cosby Oh, oh, Junge Oh, Digga Oh, vorsichtig Achtung, nehmt nicht das Getränk von Bill Cosby an How to make money as a gamer girl Bell Delfin hat's vorgemacht, Leute Ich werd einfach mal in Arschwasser Und dann erst Toilettenwasser von mir verkaufen, wo ich reingebollt hab How to react when the national anthem starts playing How to survive a fight with Dr. Phil Es ist einfach, es ist einfach alles so out of context, Digga How to disappoint your friends and family Es ist eine ziemlich große Enttäuschung, auf jeden Fall Definitiv How to perform yearly dental checkups on your pet baby alien Was ist das? Was ist das? Ist das ein Schwanz mit Zähnen? Also, Digga How to respond if Cardi B offers you a beverage Nein, 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 danke, ich hab schon, nein How to disappoint your family Warum ist das denn enttäuschend, Digga? Das ist genau das Jede Familie will nur einen Hund haben Ja, ja, ja Ja How to run for government as a Republican Ach, Junge Ach, Digga Oder wie ich, ne? How to see Avengers Endgame early Oh, Junge Och, Digga Ne, 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 sorry Das Das ist nicht Das ist nicht lustig Das ist auf einer Meta-Ebene Es ist auf so einer Meta-Ebene Von wegen so Make-A-Wish-mäßig Das finde ich nicht witzig Muss ich sagen How to act after getting vaccinated Das wiederum ist lustig How to celebrate the end of November Oh, oh ja Der viel Nuss Dezember How to celebrate your unvaccinated child's fifth birthday Zu viel, zu viel, zu viel Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel How to defend yourself in court against Medusa Also, sie hat mich angeguckt How to hide your huge penis in plain sight Ah, Chili Was ist das? Was ist das? Der hat einfach Der, oh, Junge How to trick your straight friends into lesbian relationships Klappt zu 90% nicht How to give your alarm a taste of its own medicine Ich hab morgens wirklich manchmal mein Handy angeschrien, wenn es mich geweckt hat How to celebrate your friends death Oh, Junge, what the fuck What the fuck Fucking relatable Fucking relatable Ey, kann das kurz jemand Also, sollte ich beerdigt werden Wenn ich sterbe Also, da werde ich ja wahrscheinlich beerdigt Ich möchte noch einmal Achterbahn fahren, wenn ich tot bin Und mein bester Freund muss neben mir sitzen Klippt das bitte und sagt ihm das, danke How to earn 30 cents more each hour Oh, das ist auch drastend How to tell someone their diet failed Oh, das ist eine fette Kuh How to show people that you love Japan Ach, Junge, wegen der Flagge Ist das dumm Ach, Digga, also wirklich How to start a conversation with a tall person Oh, ja, lustig How to transmit Wi-Fi signals using your mouth Funktioniert How to suck at counting body parts How to reveal to your friend he's actually black Ja, okay How to stop speaking Italian Nicht machen How to commit suicide in Flint, Michigan Ist lustig, weil das Wasser da voller Gas ist How to fake an orgasm from a distance Ja How to embarrass a horse at a sleepover Damit sich voll pisst Oh mein Gott, Digga, das ist so meta Das ist einfach so unglaublich meta, Digga How to spot the stoner in Mathplus How to play sadminton Oh, Digga Oh, oh nein Die pressminton, oh nein Oh, wie traurig How to choose the lesser of two weevils Ach, Junge Oh, Digga Oh, jetzt reicht's aber, Alter Dieser Hintergrund How to be the president of the United States Nicht schuldig How to keep a seahorse as a pet Man, Alter, jetzt reicht's aber auch How to decide your next cup Also, jetzt ist aber auch gut, Leute Ich glaub, wir sind hier an der Stelle doppelt und dreifach durch, oder?